Musik Er spricht zwölf und ab zwölf. In Saalfeld, das im feindlichen Vormarschgebiet liegt, würdete Montag nach Mittag zwischen 3 und 6 Uhr die Hölle. Dächer und Wände stürzten ein, Kellerdecken gaben nach, Millionen von Glasschirmen flogen durch die Luft und hunderte von Bomben regneten auf die unglückliche Stadt. Mit Bangen hatte jeder bereits ein solches Ereignis vorausgehahnt. Die Wirklichkeit war in manchen Dingen viel schlimmer. In manchen Fällen nicht ganz so hart als die Befürchtung in der Bürgerschaft. Die Berichte von Bombenangriffen auf Nachbarstädte, auf Erfurt, Weimar, Rudolstadt hatten ihren Weg. Jeder rechnete mit einem Angriff auf die Eisenbahnwerkstätten und das umfangreiche Gleitsnetz. Montag war unheilverkündendes, klares Flugwetter. Einige Male während des Tages der Scholl der Alarm. Der erste wirkliche Angriff jedoch folgte um 3 Uhr. Die angreifenden Maschinen beschienen in kleinen Staffeln täuschend langsam von vielen Richtungen. Keine Flagg war zu hören. Es herrschte völlig in Stille und es schien fast unwahrscheinlich, dass die silbergrauen Spielzeuge am blauen Himmel einen zerstörungswerten Sinne hatten. Und dann fielen die Bomben, Schwärme von Bomben. Immer neue und immer neue und atemraubender Folge und Schnelligkeit. Oft sah es aus, als ob sie direkt auf den Beobachter zukünftigen. Der Schock der ersten Explosion bereits verursachte jene wohlbekannte Erwürfe. Es waren schwere Bomben, mindestens halb Tonnen. Drei Stunden lang sagte Saalfeld, das jüngste Gericht sei da. Sie kamen in Wellen. Erst mehrere Minuten beklemmender, klachender Erschütterung. Dann einige Minuten Atempause. Die Nerven der Menschen in den Kellern entspannten sich. Halbwürdige Hoffnung sprang auf. Vielleicht ist es schon vorbei und du bist nicht getroffen. Und dann, ein paar Minuten später, dasselbe ohrbetäubende Dröhnen und dasselbe nicht enden wollende, krachende Erdbeeren. Dieselbe nass-kalte, irrsinnige Angst, ob der Broker auch aushält, ob die Kellerdecke fest genug ist. Drei Stunden lang. Drei endlose, mörderische Stunden. Viel, viel schlimmer war es, als man gefürchtet hatte. Wir waren am 9. April in der Schule. Und zwar das Gymnasium in der Sönneberger Straße, war ein Lazarett. Und wir mussten da ins Heimatmuseum. In das uralte Gymnasium. Da haben wir die Schule gehabt. Und da ging die Sirene. Und der Kollege von ihm aus Düsseldorf, der war bei uns im Prinzip untergebracht. Wir sind dann nach Hause gesprungen. Und wir hatten auf dem großen runden Tisch eine Generalstabskarte aufgebaut. Mit Blödenquadraten. Und da haben wir den Flakcenter abgehört. Und da hieß es auf einmal, feindliche Kampfverbände im Anflug auf Blödenquadrat Cäsar Dora. Mit Bombenabwürfen ist zu rechnen. Ich bin also ein kriegserfahrener Schüler gewesen. Jahrgang 30. Wir kommen aus Düsseldorf. Wir haben also schon etliche hundert Luftangriffe hinter uns gebracht. Die aber meistens in der Nacht waren. Wir haben also nie Flieger gesehen. Wir haben es nur gehört, wenn es gekracht hat. Und haben hinterher den Schutt und die Glasplitter weggeräumt, wenn es in der Nähe eingeschlagen hatte. Also unsere Oberschule ist 1943 im August von Düsseldorf nach Saalfeld verlegt worden. Damit wir, 180 Schüler, eben die Jugend vor dem Bombenterror in Sicherheit gebracht werden sollen. Die Tafel hinter mir an dieser Mauer soll Einwohner, Besucher und Vorübergehende an das schreckliche Geschehen in diesem April 1945 erinnern. Die Zivilbevölkerung musste für den Größenwahn Adolf Hitlers und den anderen deutschen Politiker büßen. Gedenken wir heute gemeinsam anlässlich des vorstehenden Jahrestages der Bombardierung unserer Stadt, aller damaligen Opfer des Krieges. Dokumentieren wir auch damit unseren Willen, dass die Menschheit dem Krieg ein Ende setzen muss. Oder der Krieg setzt der Menschheit ein Ende. Diese Erkenntnis hat auch heute nichts von ihrer Aktualität verloren. Sehr verehrte Anwesende, in diesem Sinne bitte ich Sie um eine Minute stillen Gedenkens, wenn ich als Ausdruck der sichtbaren Erinnerung einen Kranz der Stadt Saalfeld an dieser Stelle niedergelegt habe. Die Zivilbevölkerung Die Zivilbevölkerung Die Zivilbevölkerung Die Zivilbevölkerung Die endsen Jetzt wird es jetzt. Jetzt wird es jetzt. Das ist die Kräste. Das ist ein kleines Messer. Und das wird es jetzt. Und das wird es jetzt. Das ist ein Künstler. Das ist ein kleines Messer.